Das hintere Längsband ist eine der Bänder, welche die Wirbelsäule zusammenhält. Die Wirbelsäule besteht aus verschiedenen Wirbeln. Die meisten Menschen kennen drei Strukturen der Wirbelsäule, nämlich die Wirbel selbst, als zweites die Bandscheiben und als drittes den Rückenmarkskanal. Wenig bekannt ist, dass es zum einen Zwischenwirbelgelenke gibt, also die Wirbelfortsätze sind miteinander verbunden über sogenannte Zwischenwirbelgelenke und wenig bekannt ist auch, dass die Wirbel gegeneinander festgehalten werden durch eine Vielzahl von verschiedenen Bändern. Zum einen die Wirbelkörper sind umgeben von Bändern und dann sind auch die Dornfortsätze gegeneinander verbunden und zwar sowohl seitlich wie auch hinten. Und die hintere Bänderverbindung der Wirbel werden als hinteres Längsband bezeichnet. Dieses hintere Längsband hält die Wirbel zusammen. Auch das kann durchaus mal beschädigt werden. Wenn jemand etwa zu ruckartig nach vorne kommt, dann kann das hintere Längsband gezerrt werden, was zu Schmerzen führen kann. Oder wenn Menschen bei bestimmten Yoga-Übungen zu massiv sich in der Lendenwirbelsäule nach hinten beugen, kann auch das hintere Längsband gequetscht werden, was auch etwas wehtut. Das ist selten tragisch. Es hilft nur zu verstehen, dass manchmal manche Rückenschmerzen direkt an der Wirbelsäule selbst Probleme des hinteren Längsbandes sind. Und da braucht man sich nicht zu viel Sorgen zu machen. Das wird sich schon wieder regenerieren. Das wird sich schon wieder regenerieren.